so da sind wir wieder willkommen wieder zurück bei minecraft genau und zwar was wollten wir jetzt machen wir wollten jetzt warum lecktes verschießen ich bewege mich nicht also legt es nicht helfer ich habe angst auch scheiß auf mein gott was ist hier los so genau weißt du immer wenn ich die maus bewegen dann legt jetzt auf einmal nicht mehr gleichzeitig genau was wollten wir jetzt machen wir wollten nach wolle suchen genau wolle 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 Moment ich kann es nicht packen also ich starte noch mal kurz Minecraft neu ich bin gleich wieder da also bis gleich so damit hallo willkommen wieder zurück bei minecraft genau und zwar wollten wir jetzt ja schafe spawnen und da sind auch schafe geil muss ich gar nicht warum ich nehme dich ja schafe egal tschüss schafe braucht drei von euch in dem mene müsste ich muss jetzt wieder schnell zurück und zwar nicht verhungern nicht verhungern und das auch nicht keine angst keine angst wissen schauen was ist denn hier da einmal monts 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 um um dem holz um pro endlich haben wir im bett Fakt ist schild und nicht das denn hin ihr schlafen hören nein es geht doch ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Naja, okay. Ich sehe nichts. Was brauchen wir denn hier? Ich hoffe, da ist was Nettes. Kein Böseser. Oh. Da bietet sowas. Cool. Hier gibt da massenweise sowas. Wahrscheinlich. Sticks haben wir Sticks. Ja, geil. So. Das brauche ich wirklich. Also Fackeln könnte ich für richtig gebrauchen. So. Machen wir den Mario Jump oder? Sollen wir es riskieren? Drei. Nö, ich habe kein Essen. Geht da nicht. Doch, ich habe Essen. Schaff ich das? Schaff ich das? Locker geschafft. Geil. So. Brunnenwolle. Erde. Ich bin so blöd. Mein Steak. So. So. Maragde. Maragde kann man ja nicht. Ähm. Als. Werkzeug benutzen. Das geht ja nicht. Ich da runter? Wollte ich nicht. Gibt es da was? Wenn es da was gibt's? Klar. Warum nicht? Moment. Nö, da ist nichts. Hab ich überhaupt was? Scheides. Nö, hab ich nicht. Wir müssen nochmal zurück. Obwohl was du was? Mach das einfach so. Muss trotzdem zurück. Ich hab nicht, äh, ich hab keinen Eisen mehr wahrscheinlich. Nö, Eisen hab ich nicht. Haben wir Arschkarte. Geht nicht. Kann ich nicht. Geht nicht. Ja, so viel ist das jetzt auch nicht immer. Komm schon, jetzt bricht er einfach. Jetzt auch. Das Eisen. Ne, dort runter geh ich nicht, ich geh hier runter. Genau. Genau. Oh, das Gold. Au. Fuck. Kann ich nicht anders, tut mir leid, muss ich mal. so komm schon ja nein bist du oh mein gott ich muss wirklich zurück ich habe gerade eben gold abgebaut und das kommt kam nichts raus weil ich das falsche werkzeug benutzt habe nein 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 die Wolle aufbauen bringt ja voll mit der Hand jetzt auch egal ich freue mich wenn das neue update kommt da freue ich mich wirklich drauf nichts falsches machen creeper auf ein ist sie lieben es regnet und nun so weißt du jährigen schwimmen im regen Regen macht mir zu wenig, äh, zu wenig Erfährst, also mach mal den aus, das kann ich auch machen. Obwohl, eigentlich, lassen wir ihn an, weil, wenn es in Realife auch so wäre, dann kann man ja auch nicht so sagen, hey, du, ähm, machst jetzt automatisch den Regen aus, nee, ne, das geht ja nicht. Ja, echt gut. Brapata, padapapa. Hm. Weil ein bisschen unlogisch ist, dass... Tschüss. So. So, dann haben wir viermal Eisen. Pfeile brauchen wir nicht. Aber auch nicht. Wenn wir einmal Eisen. Ja, so Braumer. So. Ja, passt. Na, passt alles. Da. Na, geht um. Na, geht um. Da kannst du jetzt endlich einen Bogen machen. Endlich. Endlich. Endlich können wir einen Bogen machen. Geil Ich habe mich so gefreut auf dem Bogen Ok, schlafen wir mal Wo sind Monster in der Nähe? Wo sind Monster? Boah, geh keine Wo sind Na hallo 8 heißt es haben jetzt nur gesehen weil nicht okay bleibt bleibt und wenn ich nicht nur jetzt kommt es die was er in der Nacht Watter Park ohnehin Lederkappels Diamanten das ist sehr riskant also zumal weg braune Wolle brauchen wir nicht Wolle brauchen wir auch nicht Leder können wir weg tun Pfarrer das Fleisch können wir weg tun Pfeile weg Moment, jetzt auch geil Frühstück schön Ok nein, sorry real müssen wir es jetzt nicht nachmachen aber naja Schau mal Eigentlich will ich jetzt Brot machen Komm, mach mal Wo ist denn da Knochenmehl Hm So Schön Ne, das geht nicht Aber diese gehen So Genau Pow 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 Warte mal Hm, ja Kann man jetzt eigentlich mit diesem Ding da machen? Nein, es ist mir egal Jetzt kommt die Weizen dran Oh, reicht schon Was passiert jetzt? Kann ich jetzt irgendwas damit machen? Nö Ah, da Brot No, no No, no No, no Okay Brot haben wir jetzt Ja, schön So Diamant haben wir einen Da, Knochen Können wir nochmal Knochenmark machen Schnell 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 nun ich bin so blöd Park das wollte ich ja nicht tut mir leid weizen haben wir jetzt noch mal so was machen wir jetzt weizen weizen so zwei Brot genau es passt es passt es passt es Brot ist sehr wertvoll also wir machen das lieber so Kohle können wir nachfüllen so dort und dort nochmal fünf bei jedem super eins eins wo habe ich viel moment so da bin ich wieder genau so was wollte ich jetzt machen ich wollte runter zum Glück habe ich hier Fakten gesetzt damit ich weiß wo ich war ja so so ja so 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 genau sind noch bisher noch ein Kumpel und schon die Begründung eine Kumpel 50 bestimmt die Luft anhalten und umbringen die die eigentlichen Okay. Dankeschön wer weiß denn hier ist es hier ist so viel Eisen habe ich das gemacht ich glaube nicht doch das habe ich gemacht ja in den Namen darunter darunter da wirklich runter wollte ich da wirklich runter hier hin und nähen heute doch da wollte ich wirklich unter aber da ging wahrscheinlich meine Spitzhacke aus deswegen ja da ging meine Spitzhacke aus sieht doch schon schön aus da ist lava hast du mich erschreckt boah halt die Fresse und stirbt boah hast du mich erschreckt bestimmt ihr ich dachte mir gar komm da ist doch kein Monster das hier hallo sagen will wenn ich das hier abbaue aber nö es geht ja ne es ist ja hallo hier viele sind Dankeschön und das Gold das Gold das Gold ich wollte mir ja da war ja Gold ja da war ja Gold ja lol da war ja Gold ist ja geil ja warte mal nochmal hoch häh? ah da aah ich bin sich durcheinander, du Kuwe so genau muss doch irgendwo Gold sein wo war Gold, wo war da? Huh, das war knapp Hä? wo wartet? hier doch nicht ne, das war doch kein Gold wow, wow, wow egal ich hab hier wenigstens 2 Gold Erz genau Kohle hab ich genügend warte mal was hier ist warte mal was hier ist genau ah Lava oh zufällig noll geil Gold fake fake Gold oder was? der hat doch gesagt ich dachte mir Gott hä? äh warum geht das nicht? oh fuck das müssen wir verhindern das ist voll wichtig pow plapa so da hin da hin bla 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 oh da unten ist ja was au au what the fuck das ist ne Falle oder was? wollt ihr mich verarschen ihr Huren? komm her so damit ich weiß dass ich hier war hä? oder so mit hier mit mit so Cola Ok, diesen Drop mag ich nicht, ich überspringe mal. 2, 3, 2, 3, 2, 1... ich hoffe ich glaube ich schaue ich schaue es hier wieder raus weil wenn ich hier die ganzen geilen Sachen habe dann kann es ja auch manchmal zufällig passieren dass ich hier sterbe das will ich nicht wollen wir ja nicht dass ich sterbe außen hier sehen Loh Loh hochbauen Papa Papa Ah Oh So, so, so. So, so.